Der große Preis von Brasilien 2012 fand am 25. November auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo statt und war das 20. und letzte Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2012. Berichte Nach dem großen Preis der USA führte Sebastian Vettel die Fahrerwertung mit 13 Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso und 67 Punkten auf Kimi Riekeön an. In der Konstrukteurswertung führte Red Bull Renault mit 73 Punkten Vorsprung auf Ferrari und 87 Punkten auf McLaren Mercedes. Red Bull Renault stand bereits seit dem großen Preis der USA als Konstrukteursweltmeister fest. Beim großen Preis von Brasilien stellt Pirelli den Fahrern die Reifenmischungen P0 Hard und P0 Medium sowie für Nesse Cinturato, Intermediates und Cinturato Fullwets zur Verfügung. Im ersten freien Training erhielten die Piloten zusätzlich zwei Reifensätze eines Prototyps für die Saison 2013. Mit Michael Schumacher, Felipe Massa, Mark Webber, Riekeön und Vettel treten fünf ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Als Rennkommissare fungieren Silvia Billott, Gary Connelly, Felipe Jaffuan und Tom Christensen. Im ersten freien Training erzielte Lewis Hamilton die Bestzeit vor Vettel und Webber. In diesem Training übernahm Valtteri Bottas den Williams von Bruno Senna und Guido van der Garde den Caterham von Heike Kuwa Leinen. Im zweiten freien Training blieben die ersten drei Positionen unverändert. Im dritten freien Training übernahm mit Jansen Button erneut ein McLaren-Pilot die Spitzenposition vor den Red Bull-Fahrern Vettel und Webber ein. Vor dem Qualifying hatte es geregnet, so dass die Strecke zu Beginn des Qualifyings unterschiedlich nass war. Es war jedoch so trocken, dass die Piloten die schnellsten Runden aufs Leaks fuhren. Hamilton war der schnellste Pilot. Die HRT, Marasche und Caterham-Piloten sowie Romain Grugin schieden aus. Grugin fiel in diesem Abschnitt ebenfalls durch eine leichte Berührung mit Pedro de la Rosa auf der Startzielkurve auf, bei der sich Grugin den Frontflügel beschädigte. Die Rennkommissare beurteilten diese Berührung als Rennunfall und verhängten keine Sanktionen. Im zweiten Abschnitt fuhr Vettel die schnellste Runde. Die Torrosso und Sauberpiloten sowie Schumacher, Senna und Paul die Rester schieden aus. Im dritten Segment erhielt Hamilton die Führung zurück und sicherte sich die Pole-Position vor Button und Webber. In der Startaufstellung wurden Pastor Maldonado um 10 und de la Rosa um 5 Positionen nach hinten versetzt, Maldonado aufgrund einer dritten Verwarnung, diesmal für das Auslassen einer Kontrollwegung. De la Rosa erhielt die Startplatzstrafe, da er sein Getriebe vorzeitig gewechselt hatte. Da er den letzten Platz belegte, blieb die Strafe somit ohne Auswirkung. Die Aspiranten auf die Fahrer-Weltmeisterschaft Vettel und Alonso erhielten die Startpositionen 4 und 7. Vor dem Rennen, das das letzte von Schumacher war, fuhr dieser mit einer Flagge, auf der Thank You Stand, in die Startaufstellung. Das Rennen wurde auf einer leicht feuchten Strecke gestartet. Die Piloten verwendeten aber allesamt Sleaks. Während die beiden McLaren-Piloten den Start für sich entschieden und ohne Positionswechsel vorne fuhren, gab es dahinter einige Duelle und Verschiebungen. Vettel verlor in der ersten Kurve bereits einige Positionen und fiel unter anderem hinter die beiden Ferrari-Fahrer, die gut starteten, zurück. In der DSC Dado-Lago bremste Vettel zu früh. Während Rekö noch ausweg rutschte Senna auf der Innenseite der Kurve in Vettel und drehte ihn um. Auch Sergio Perez wurde von Senna getroffen. Während Senna und Perez umgehend ausschieden, fuhr Vettel mit beschädigtem linken Unterboden und auspuff dem Feld hinterher. Senna und Vettel sahen die Schuld für diese Kollision beim jeweils anderen Piloten. Eine Runde später schied auch Sennas Teamkollege Maldonado von der Strecke rutschend aus. Maldonado fuhr über einen nassen Kerb und kam in den reifen Stapeln zum Stehen. In der zweiten Runde ging Alonso vor der ersten Kurve gleichzeitig an Massa und Weber vorbei auf die dritte Position. In den nächsten Runden nahm der Regen etwas zu, sodass die Strecke immer rutschiger wurde. In der fünften Runde verbremste er sich vor der ersten Kurve und verlor dabei eine Position an Nico Hültenberg. Er blieb aber vor Weber, der kurz darauf auch von Massa überholt wurde. Während sich Weber anschließend von der Strecke drehte und Positionen verlor, schied Grogin nach einem Unfall in der Mergulho aus. Sein Fahrzeug hatte mit kalten Reifen plötzlich übersteuert. An der Spitze entwickelte sich parallel ein Duell zwischen Hamilton und Button, bei dem Button zunächst nur kurzzeitig an Hamilton vorbeiging. In der achten Runde ging Button aber endgültig an Hamilton vorbei. In den nächsten Runden entschieden sich einige Fahrer für einen Wechsel auf Intermediate-Reifen, da es immer nasser wurde. Von den vorderen Piloten verzichteten nur Button und Hültenberg, der damit auf die zweite Position kam, auf einen Wechsel auf Intermediates. In der 18. Runde kam es an der Spitze zum Führungswechsel und Hültenberg übernahm erstmals die Führung eines Formel-1-Rennens. In der Zwischenzeit hatte Vettel seinen Rückstand auf Alonso beinahe vollständig abgebaut und lag eine Position hinter ihm auf der fünften Position. Kurz darauf begannen alle Piloten, die auf Intermediates gewechselt hatten, wieder zurück auf Slicks zu wechseln, da der Regen nicht angehalten hatte und die Strecke wieder trockener war. Button und Hültenberg hatten somit mit ihrem Wechselverzicht die richtige Entscheidung getroffen und lagen in etwa 45 Sekunden vor dem Drittplatzierten Hamilton In der 23. kam das Safety Car auf die Strecke, da einige Teile auf der Strecke lagen und sich kurz zuvor Nico Rosberg beim Überfahren eines Teils einen Reifen beschädigt hatte. Button und Hültenberg nutzen die Safety Car-Phase für einen Boxenstopp und wechselten auf die härtere Reifenmischung. Die überrundeten Piloten erhielten somit die Möglichkeit, wieder in die Führungsrunde zurückzukommen, da ihnen erlaubt wurde. Das Safety Car zu überholen. Beim Restart blieben die ersten vier Positionen an der Spitze unverändert. Vettel verlor seinen fünften Platz aber an Kamui Kobayashi, der MS-Dusenner sowohl an Weber als auch an Vettel vorbeiging. Während Hültenberg zunächst die Spitzenposition behielt, ging Hamilton eine Runde nach dem Restart an Button vorbei auf die zweite Position und Alonso verlor kurz darauf den vierten Platz an Kobayashi. Allerdings gelang es Alonso, kurz darauf wieder an Kobayashi vorbeizufahren. Vettel verlor in der Zwischenzeit einen weiteren Platz, da Massa ihn überholte. Kurz darauf ging Massa auch an Kobayashi vorbei. Während der Regen wieder zunahm, ging Hamilton in der 48. Runde an Hültenberg, der leicht rutschte, vorbei und übernahm die Führung. Die ersten Piloten wechselten in dieser Rennphase auf Intermediates. Auch Vettel ging an die Box, allerdings entschied er sich dafür, auf Slicks zu bleiben. In der 54. Runde kam es zu einer kuriosen Szene mit Ré Köhne im Mittelpunkt. Ré Köhne drehte sich von der Strecke und versuchte hinter der Streckenbegrenzung über die alte Fahrbahn zurück auf die Strecke zu fahren. Allerdings war der Weg zurück auf die Strecke durch ein Tor versperrt, sodass er wendete und hinter der Begrenzung zurück auf die Strecke fuhr. Ré Köhne erklärte nach dem Rennen, dass er den Weg über die alte Strecke beim großen Preis von Brasilien 2001 entdeckt hatte und das Tor damals noch offen war. In der 55. Runde griff Hültenberg vor der ersten Kurve Hamilton an. Dabei verlor er das Auto und rutschte in Hamilton. Während Hültenberg weiterfuhr und anschließend mit einer Durchfahrtsstrafe für das Verursachen einer Kollision belegt wurde, schied Hamilton mit gebrochener Radaufhängung aus. Damit übernahm sein Teamkollege Button die Führung des Rennens. In den nächsten Runden kamen die Piloten an die Box, um auf Intermediate zu wechseln. Vettel, dessen Stopp nicht optimal lief, fiel dadurch aus den Punkten heraus. Während Alonso auf den dritten Platz vorrückte und kurz darauf von seinem Teamkollegen Massa auf den zweiten Platz vorgelassen wurde, Vettel schaffte es in der Schlussphase des Rennens noch auf den sechsten Platz. Sein letztes Überholmanöver gelang ihm gegen Schumacher. In der 66. Runde kam es im Duell um den elften Platz zu einem für die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft entscheidenden Positionswechsel. Vitali Petro ging an Schaltz-Pick vorbei und erreichte schließlich auf dem elften Platz das Ziel. Damit wurde Petro zum besten Piloten, der keine Punkte eingefahren hatte, und Caterham überholte Marange in der Weltmeisterschaft. Kurz vor Rennende verunglückte die Resta in der Aquibanker-Dash und löste eine Safety-Car-Phase aus. Die Resta blieb ohne Verletzungen und verließ das Auto aus eigener Kraft. Das Rennen wurde schließlich unter gelben Flaggen beendet und Button gewann vor Alonso, Massa, Weber und Hültenberg. Vettel, der auf dem sechsten Platz ins Ziel kam, reichte dieser Platz zum Gewinn seines dritten Weltmeistertitels. Vettel wurde zum jüngsten Piloten, dem dies gelang, und zudem nach Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher zum dritten Piloten, dem Drei-Weltmeister-Titel in Folge gelangen. Grand Prix-Sieger-Button gestand nach dem Rennen, dass er zunächst Alonso für den Weltmeister gehalten habe, da er davon ausgegangen war, dass Vettel zu Beginn des Rennens ausgeschieden wäre. Die restlichen Punkte gingen an Schumacher, Jean-Éric Vernier, Kobayashi und Réé Köhne. In der Weltmeisterschaft belegte Alonso mit drei Punkten Rückstand den zweiten Platz. Obwohl er bereits zwei Weltmeistertitel eingefahren hatte, bezeichnete er nach dem Rennen die Saison 2012 als beste Saison seiner Karriere. Réé Köhne wurde dritter. Bei den Konstrukteuren blieben die ersten Positionen unverändert. So dass Ferrari den zweiten und McLaren Mercedes den dritten Platz hinter Red Bull Renault übernahm. WM-Stände nach dem Rennen. Die ersten zehn des Rennens bekommen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt.